Na, Kettensäge! Also, wo ist denn der Hubi überhaupt? Wir müssen uns ein Hubi finden. Knaddel macht nicht so schnell. Ich hab das Benzimmer mitgenommen, falls die Kettensäge leer wird, ne? Das ist sehr lieb von dir. Hier ist der Pickup Truck schonmal. Äh, Zombie, ich komm mal vorbei. Hier runter. Hier war... Genau, da links war es dann richtig, da ist er lang gelatscht. Ich lass die Kettensäge auch extra aus, weil die verbraucht sonst nen Benzin. Oh, guck mal hier, ne Schrotflinte. Das ist die von Hubi. Hat hier mal Schrotflinten-Munition dabei? Hubi, hat der mal welche. Geh doch mal weiter, Mann, mit deinem blöden Afro, sonst säg ich dich durch den Kopf. Dann mach ich ne neue Frisur, Mann. Hat einer von euch gerade eben Schrotflinten-Munition aufgeladen? Oh, Schweißgerät, das ist doch top. Du bist immer im Weg, Knaddel. Schnell auf jetzt. Bleib jetzt hier so stehen. Ich säg dir ein Afro in zwei. Im Übrigen sieht Hubi so ein bisschen aus wie Doktor Hu. Der Doktor ist zurück. Ich hab ne 9mm-Munition, die ähm... Und hab ne Ruger, ne Ruger MK3. Ich hab ne 40er hier, schmeiß mal hier hin, zack. Was, was, was lädt denn der Ruger? Der Ruger lädt Ruger. 22er. Wer hat, wer hat 22er-Munition? Also 9mm kann ich euch schon mal geben, hier. Und Shotgun-Munition, ich hab Shotgun-Munition. Hab sie grad fallen lassen, die Shotgun-Munition. Ah, da. Schön. Aber ich brauch eine Über-Munition. Was ist denn das hier? Leuchtsignale nehm ich mal mit. 9mm und Shotgun-Muni bräuchte ich mal. Das ist ne Leon-Schrotflinte. Ich hab aber noch ne volle. Das haben wir jetzt quasi so'n Safe-Haus hier. So'n kleines. Oh, Pillen. Ich nehm mal die Pillen mit. Und ich mal die Barretta mit. Gut, dass die Schrotflinte mich ewig lang wieder nachlädt. Walkie-Talkie. Wieder Pfeile ohne Bogen natürlich. Totes Kind, du Mörder, du Elender. Wer dich anzeigen. Oh Scheiße. Äh, machst du bitte wieder zu? Dankeschön. Nein, das ist einfach zu, Mann. Das ist aber geil. Oh Scheiße, Zombies. Oh Scheiße, Zombies. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Also sieben Schuss hab ich auf jeden Fall für die Polizpistole. Ich hab mal die ganzen Munizide. Die kann man wirklich mitnehmen, ich glaub's nicht. Die kannst bestimmt auch werfen. Wirf mal, komm. Mit G, mit G musst du lange gedrückt halten, G lange gedrückt halten. Und dann loslassen. Ich hab noch vier für die Schrotflinte und sieben für die Magnum. Man kann die einfach nur aufheben und dann muss ich her schleppen. so wie Kanister. So, ich hab noch acht Schuss in der Schrotflinte und dann hab ich nix mehr. Und noch ein paar Schuss in der 9mm. Ey, meine Waffe. Die fallen manchmal nicht in den Boden, wenn man sie wegkommt. Was, Bretter? Das Tor ist doch. Achso, stimmt. Lass mal die Leiter frei hier. Soll ich? Also, Frau oder Mann. Mann mit Kettensäge. Ja, oder was? Mach mal auf. Hallo. Moment. Komm, 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 go, go, go. Wo müssen wir denn lang? Ich mach mal wieder aus. Weil ich muss Munition conversen. Wo ist denn das Tor jetzt aufgegangen? Ich glaub hier links denn. Du glaubst hier links. Hier ist noch was. Ich vermute einfach mal, dass du da lang bist. Bret, Taschenlampe. Hier in den Raum sind wir gestartet eben. Was, wo ist denn Taschenlampe? Hubi. Achso. Aber die Taschenlampe. Ich kann die Taschenlampe nicht aufheben. Die ist verpackt. Achso Zombies, äh Zombies. Wir sind getrennt, wir sind getrennt, oder? Ne, sind wir nicht. Wo ist die Heide? Tja, das ist die alte Leiter. Äh, Leier. Wo ist die Leiter? Immer heiter, weiter auf die Leiter. Immer heiter mit der Leiter. Da sind ganz schön viele Zombies vor uns. Ich glaub ich mach mal kurz die Kettensägenaktion. Irgendjemand hat hier die Herzpumpe an. Nochmal Kettensägenaktion. Mach mal Feuerholz. Feuerholz Zombies. Brennen gut. Leiter weiter. Hier die Leiter, da ist die Leiter. Was ist die Leiter? Rechts. Ach da. Hat jemand die Waffe noch mit? Hier bin ich. Hier ist Besuch im Übrigen. So, oh. Kommt schon ein Kind. Das macht mich gerade ein bisschen alle hier oben. Dankeschön. Es haut zum Glück nicht stark zu, aber es hat zugehauen. Oh, ich blute. Ich blute auch. Ich hab keine Bandagen mehr. Ich werde langsam sterben wahrscheinlich. Lass mich mal durch. Dann opfere ich mich jetzt. Lass mich mal durch. Du bist im Weg. Dann gehst du runter. Ich bin tot. Oh Gott. Ich wollte ja durch, aber irgendwas Remo-artiges hing mir leider ein bisschen im Weg. Ja, ich wurde von links von diesem Kinderzombie festgehalten. Oh, das war natürlich doof. Aber es ist... Vielleicht schaffen wir es zum nächsten Checkpoint und dann leben wir ja wieder. Oh, ihr habt da ganz viele Zombies unten. Nehmt die Kettensäge, wenn ihr könnt. Die liegt irgendwo unten rum. Ich sehe sie auch nicht. Geht doch so. Ja, geht mal weiter. Da kommen nämlich ganz viele Zombies noch von links. Genau, geht dem No-Aim hinterher, der weiß, wo es lang geht. Ich glaube, No-Aim ist der einzige. Achso. Oh, oh, oh. Lauf, 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 lauf. Schlampe, lauf. Nicht anhalten. Renn. Renn jetzt. Renn. Ich bin interessiert. Remo ist hinter dir. Remo ist hinter dir. Jetzt hält es nicht mehr. Blatt. So, musst du dann lang. Ich hab mich dann nochmal mit dem Kopf gehen lassen. Okay, ihr müsst dahin, wo das Licht ist. Genau. Nicht in die Ecke, sondern einfach da rein. Komm, renn einfach durch. No-Aim, renn durch. Kann ich mehr rennen? Ich bin, äh... Das sieht aus wie so ein Fail-Fraum, ha? Ja, ich glaube, ihr habt es dann fast geschafft. Da ist noch Munition und eine Waffe unten. Keine Zombies. Zwei Bretter, die durch den Weg sind. Die macht er dann weg. Äh, da wäre ein zweiter Eingang gewesen, aber ist egal. Oh, ich würde nicht da runter gehen, wenn ich da sehe, was da unten alles ist. Pst, 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 pst. Nicht spoilern. Aber es sind Pillen, ne? Eine Welding Torch. Ein Hammer. Ja, da steht an der... Das Wasser solltet ihr wohl meiden, weil an der Wand ist extra gekritzelt. The water infects people. Kann die Pillen nicht nehmen. Ich hab's genommen. Du hast schon Pillen. Achso, hab ich schon Pillen? Wie mach... Wie nehm ich die? Ah, so. Jetzt. Aber, äh, ich blute immer noch und, äh, ich bin grau. Kein Problem. Da unten würde ich das Wasser, äh, reinigen. Ah, da steht auch, äh, ein First Aid Kit. Achso, hier geht's auch. Was, wie? Und ein Kind ist auch unten, übrigen. Das Kind kommt gleich hoch. Bestimmt. First Aid Kit? Wo ist hier ein First Aids Kit? Unten, in den Katakom- äh... Rechts in der Ecke ist ein Kind. Im Dunkeln. Jetzt kommt's. Da ist es. Und wie sie alle treffen. Hubi blutet. Hubi blutet. Wie klatsch. Ich hab nichts mehr. Ich bin out of money. Ich bin tot. Rennen. Hubi rennt. Das ist das einzige, was du machen kannst. Ich kann ja nicht mehr rennen, wenn der Rupp ist. Der steht auf. Nein, warte, warte. Jetzt. Ähm, Hubi, du hast ungefähr drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Da sind Zombies die gerade kommen. Laubschlampe. Laubschlampe. Ich bin am Bluten. Da sporen noch ganz viele Kinder gerade. Waschmaschine. Der Läuer hatte ich gleich. Der Läuer hatte ich gleich. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Vor dir. Der Läuer hatte ich ja recht. Habt ihr schon geguckt, wie es weiter hieß? Kommt man auch in so eine Waschwellung? Ja. Aber mit achten schaffst du das wahrscheinlich. Mit dreien ist das knallhart, hier durchzukommen. Ohne Scheiß. Mit vier meinst du. Vier, entschuldige. Stimmt, der Remo ist ja auch noch da. Ja, stimmt. Dann gibts den Leiter wieder hoch. Okay, kleine Pause, Sekunde. Ja, ich werde. Ja. Das war das. Schaffst. Ich weiß das. Ich weiß es nicht so einfach. Ich weiß es nicht so einfach.